Ich weiß nicht, dass sie dich nicht wollen. Es ist ein langer Weg. 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 Jetzt sind wir auch schon wieder im nächsten Fall. Das war gerade aus Versehen. Dass ich noch ein paar angefangen habe. Das weiß ich eigentlich gar nicht. Ich wollte nur gucken, wie man hier speichern kann. Irgendwo kann man speichern. Okay, hier nicht. Wo speichert man dieses Spiel? Ah, hier kann man auch schauen. Okay. Speichern, speichern. Oh, hier muss es doch sein. Nee. Escape kann ich nur das machen. Naja, spielen wir mal weiter. Spielen wir einfach mal weiter. Ja. Gute Nacht. Sie sagt einfach so Gute Nacht zu niemanden. Es ist vielleicht wieder ein Text, an dem ich auch viele Sachen nicht weiß. Es ist viele Worte. Du singst so schön, naja. Warte, dann sollen wir diesen Weg gehen. Also eigentlich... Schaust du diesen Weg? Eigentlich sagt die... Gib mir einen Moment. Nur das daran machen... Ähm... Ja, es ist fertig. Eine Blumenkrone. Steht es mir? Ja. Es ist... Es ist wie angekossen. Sag ich mal. So als deutsche Übersetzung. Yay. Dank dir, Vater. Es tut mir leid, dass ich nicht jeden Tag mit dir spielen kann. Vater. Es ist okay. Ich bin froh, dass wir wenigstens heute spielen können, Vater. Ah. Hier spielt ihr zwei. Mutter. Guck, Vater. Äh, guck. Vater hat mir eine Blumenkrone gemacht. Es ist wunderschön. Es steht hier aufgezeichnet, Aya. Ja. So... Spielt ihr den ganzen... Spielt... Spielt ihr schon den ganzen Tag? Ja. Äh... Wir sollten das nochmal machen, Vater. Ja, sollten wir. Nächstes Mal... Äh... Nächstes Mal sollte deine Mutter mitmachen. Naja, ich schau mal. So ein Hustengräuch halt. Mutter! Es tut mir leid. Nur ein anderer Anfall. Dann nochmal so... Husten halt. Geräusche und Niesgeräusche. Mh... Don't push yourself, if not. Ich glaub das ist auch sowas wie... Bleib liegen, wenn dir nicht gut geht. So in der Art so. Komm, wir holen ein bisschen Medizin für Maria. Es sollte... Es sollte dir helfen, dass dir besser geht. Nein, ich kann das selber holen. Mutter? Tut es dir weh? Du bist okay, oder? Keine... Ähm... Entschuldigung, dass ich dir Angst gemacht habe. Mir geht es perfekt. Guck nicht so, bitte. Ah ja. Dein Lächeln... Mh... Durch dein Lächeln geht es mir wieder gut. So eine Art. Wenn ich dein Lächeln nicht sehen kann... Mach das mir nur Sorgen. Mutter? Okay. Okay. Das hab ich auch schon gelacht. Weiter. Fehler von mir. Einfach so. Mutter! Okay. Lass uns zurück zum Dinner gehen. Ich habe dir Hamburger Steaks gemacht. Dein Lieblingsessen. Hurra, ich liebe Mutters Hamburger. Richtig, Vater? Hahaha, natürlich. Ihre Hamburger sind die besten der Welt. Wir waren so fröhlich da. Da war Maria, aber... Auch so, wir drei waren eine glückliche Familie. Aber dann wurde Mutter krank. Und die Fröhlichkeit, die wir hatten... Naja. Ja. Dieser Schrei. Vater? Etwas muss passiert sein. Äh, ich muss nach Vater schauen. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Was ist dieses Geräusch? Ist es da eine Stimme? Äh. Äh. Okay, also das Wort habe ich noch nicht gespielt übrigens. Nein. Nein, nicht... Diesen Weg. Na doch, komm her. Wer ist das? Komm hierher. Ist jemand hier? Wer bist du? Komm mit. Wer? Bleib bei mir. Ich sagte diesen Weg. Naja. Ach komm. Äh. Äh. Geh ab. Wer ist da? Was ist das? Viel angst an den Bücher sind hier. Magst du Bücher? Mein Schatz. Wer bist du? Sei nicht so aggressiv. Ich bin nur ein Kaufmann. Kaufmann? Nenn mich Ogre. Äh. Ich bin froh, dich kennengelernt zu haben, junge Frau. Äh. Aber es ist schrecklich, zu denken, dass Leichen in dem Haus sind. Und Leichen? Das Monsterpack, ja. Diese Monster da hinten? Die sind wie Monster. Von einer Geschichte. Also, wie gesagt, ob ihr kennt es nicht mehr so, ich brauche auch jetzt, ich brauche ein bisschen länger zum Übersetzen. Ähm. Warum sollten Monster wie die, naja, ist eine Curse, was kurz nochmal. Ich habe es gerade gegogelt, glaube ich, habe ich es vergessen. Ich weiß nicht. Was du saßt, sind die Leichen von deinem Vater, von deinem Vaters Testobjekten, Subjekten. Overcome with Angel. Keine Ahnung. Überkommen mit, was ist Angel? Sag mal. Wut. Those the keys have been brought back. Ich weiß nicht, ihre Leos Energie kam zurück? Oder so? Um Rache an deinem Vater zu nehmen, natürlich. Was? Also ist Vater in Gefahr. Ich muss sie retten. Warum denn? Er hat es verdient. Er hat so viele Menschen getötet, als Teil seines Experiments. Das ist seine Bestimmung. Du musst du jetzt weg, du hast eine wahre Natur gefunden. Du musst nun deine, deines Vaters echte Seite kennengelernt haben. Und jetzt? Willst du ihn retten? Ja, ja. Ich will ihn retten, anscheinend. Na, na. Perhaps. Wahrscheinlich. She cannot yet understand their sorrow. Das kann nicht ihr. Schicksal ist es nicht. Was ist sorrow? Ich weiß nicht. Ich muss Vater retten. Eine... Ein Rabe? Heißt Crow Rabe? Deine Ungernvogel halt. Oh, ich kann speichern. Nochmal, 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 nochmal. So. Betten. Was willst du denn? Gib... Gib sie zurück. Gib mir. Meine Tochter. Äh. Ne, 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 ne. Oh, sie ist weg. Und die Schlüssel habe ich bekommen. Okay. Ist verschlossen. Ich kenne nicht den Code, um es auszuschließen. Lots of hard to read books. Was ist da drin? Nichts. Gut. Kannst du auf und zu machen. Ein kleiner Blumentopf. Ein Bett. Okay, ich gehe nochmal schlafen. Äh, speichern. Wir haben jetzt einen Schlüssel. Ach, du machst die ganze Zeit so. Was ist das? Ein Blumentopf. Okay, Leeretöpf. Was ist das? Geh weg, Alter. Er ist verschlossen. Ähm. Ich nehme mal den Gemner. Ah. Okay, eine Gruppe von... Ähm. Wie heißt das nochmal? Nicht Barrels. Barrels ist Englisch. Verfässern. Verfässern. Ich spreche mir nochmal. Kann ich genug sprechen, sage ich mir. It's locked. Okay, es ist verschlossen. Etwas ist hier. Was bist du denn? Was ist das? Ich kann nicht durchgehen. Kann ich durchgehen. Ja gut, ich sage die jetzt immer. Ich beteide wohl, dass wir da nicht durchgehen können, hä? Ach komm, geh weg. Reception. Was ist klar. Reception. Ein Feuer? Ich glaube, ich habe jemanden gehört. Okay, wie denn? Ich eröffne. Ich bin. Uff. Loser. Ja, bin ich. Ich verscheid clerk. Ich verscheidche. Outro. Ich verscheidche. Was ist es. Uff. Was ist da? Oh. 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 Bis zum nächsten Mal.